Wladimir Putin und Dmitry Medvedev im Partnerlook. Es ist die große Harmonie-Show, die hier an der Volga für die Öffentlichkeit inszeniert wird. Schaut her, starke Männer angeln gemeinsam. Medvedev schwingt die Wurfangel und tatsächlich, während der Ministerpräsident mit einem kleinen Barsch kämpft, strahlt der Staatschef mit einem prächtigen Hecht. Wer darin ein Zeichen sehen will, welcher der beiden bei den kommenden Präsidentschaftswahlen die Nase vorn hat, könnte sich irren. Es wird nur einen Kandidaten geben im März 2012. Noch gibt es keine offizielle Ankündigung, wer es sein wird. Als dieses harmonische Angelvideo veröffentlicht wird, im Spätsommer 2011, ist Dmitry Medvedev Präsident Russlands. Aber Wladimir Putin führt das Land als Ministerpräsident. Bei den Wahlen im kommenden März 2012 kann Medvedev verfassungsgemäß erneut antreten. Er hatte ja erst eine Amtszeit. Putin eigentlich nicht. Denn seine erlaubten beiden Legislaturperioden als Präsident hatte er von 2000 bis 2004 und von 2004 bis 2008 bestritten. Aber in diesem Spätsommer entscheidet Wladimir Putin, dass nur er allein Russland zu neuer Größe führen kann. Auf dem Weg dorthin muss er feststellen, dass sein Volk noch nicht ganz so folgsam ist, wie er es gerne hätte. Dass es wohl noch etwas mehr Härte braucht, um Kritik am Alleinherrscher zu unterdrücken. Dieser Weg führt Putin auch weiter in die Ideologie. In die Überzeugung, dass nur Russland allein wichtig ist. Und nur Putin allein den Kampf gegen den satanischen Westen anführen kann. Sie hören, Putins Aufstieg vom hoffnungsvollen Reformer zum Imperialisten der Europa den Krieg zurückbrachte. Eine vierteilige Serie des Spiegel-Auslands-Podcasts 8 Milliarden. Dies ist Folge 4. Ab 1983 war Christian Neff Korrespondent in Moskau. Ab 1991 für den Spiegel. Er hat Wladimir Putins Aufstieg aus nächster Nähe beobachtet. Als Journalist und Experte. In dieser Folge erzählt er davon, wie Putin sich selbst als Alleinherrscher legitimiert. Wie er Kritik in Russland endgültig unterdrückt, den Krieg gegen die Demokratie in der Ukraine beginnt. Und wie er seinen Aufstieg als furchtloser Anführer gegen den satanischen Westen rechtfertigt. Es ist Spätsommer 2011 und dann fährt er, wie er das so gerne macht, mit Medvedev zum Angeln nach Astachan ins Kaspische Meer. Und dort, das ist dokumentiert, erklärt er ihm, dass er Putin seine Wiederwahl anstrebe. Man brauche angesichts der Weltlage einen starken Kandidaten. Und er sagt zu ihm, also mein Rating ist ja ein bisschen mehr als deins offenbar. Und dem Vernehmen nach soll Medvedev da überhaupt nichts geantwortet haben. Aber er merkt, dass er wahrscheinlich gar nicht die Kraft haben wird, wenn Putin den Willen hat, zurückzukehren, da gegenzusteuern. Und dann kommt es zu diesem berühmten Parteitag der Partei Einiges Russland am 24. September 2011. Da bin ich mit dabei gewesen im Sportpalast Lushniki in Moskau. Das war ein Karneval, hätte man ja fast gesagt. Eine operettenhafte Inszenierung, wo der Kreml 10.000 Schüler und Studenten hinfahren lässt mit Sprechzetteln. Also wir haben die Zettel gesehen, wo dann drauf steht, wo sie wann wie viel klatschen müssen und mindestens fünfmal rufen. Ja, ja, ja oder Putin, Putin, Putin. Also als Klackhöre wirklich werden die dort eingesetzt. Bei dieser Veranstaltung begeht dann Medvedev seinen politischen Selbstmord, wie wir es immer damals genannt haben. Die beiden nominieren sich gegenseitig für einen erneuten Ämtertausch. Ich schlage vor, dass die Liste Einiges Russland für die Wahlen zur Staatsduma der Russischen Föderation vom derzeitigen Staatschef Dmitri Anatolyevich Medvedev angeführt wird. Medvedev sagt, Putin ist doch der überzeugende Kandidat. Er schlägt ihm vor, dass er als Präsident zurückkehrt. Und er würde dann die Rolle des Ministerpräsidenten übernehmen. Ich denke, es wäre richtig, wenn der Kongress die Kandidatur des Parteivorsitzenden Wladimir Putin für das Amt des Präsidenten des Landes unterstützen würde. Und das ist natürlich etwas, wo man ja weiß, wie das alles läuft. Die Leute haben das ja mitgekommen, wie das alles ein abgekatertes Spiel ist, was da vorbei an der wahren Demokratie inszeniert wird. Und trotzdem ist das für viele ein unwahrscheinlicher Schlag, diese Veranstaltung und diese Inszenierung, weil die wirklich alle Russen eigentlich verhöhnt, weil sich hier das putinische System von Täuschung und Lüge richtig offenbart. Weil es so deutlich gesagt wird, oder? Ja, jetzt hat man das Gefühl, Medvedev war ein unehrlicher Präsident. Der hat seinen Anfang schwer enttäuscht. Und man weiß gar nicht mehr, war der jemals von echten Reformen überzeugt oder hat er das einfach nur geheuchelt? Ich glaube schon, dass er das vorgehabt hat. Aber dieser Glaube ist mit einem Schlag weg. Und Putin hat sich in den letzten Jahren als der Ministerpräsident, auch als der stärkste im Lande aufgebaut. Das sind ja jene Jahre, wo wir immer so diese tollen Bilder dann drucken konnten, wo er im Lada quer durch Sibirien fährt, angeblich alleine hinterm Steuer, wo er nach dieser Amphore tauchte, die er dann hochholt, wo man später erfährt, die haben die Leute extra da hingelegt, damit er sie hochholen kann. Wo er mit freiem Oberkörper an einem Arzt steht, wo der ihn abtopft und sagt, Wladimir, Wladimir, das ist ein Kerngesund. Also all diese Bilder, die dem Volk vermitteln. Den Tiger freilässt angeblich, soll ich sagen. Ja, genau. Ich bin's, ich bin's. Und Medvedev hat da nichts entgegenzusetzen. Aber das, was die beiden hier inszenieren, in diesem September führt eben, und das ist das Interessante in jenen Tagen, Wochen, Monaten, zu einer handfesten Regimekrise. Und der Oligarch Michael Prochorow, der sich dann bei den nächsten Präsidentschaftswahlen mitbewerben soll, als Zählkandidat oder als einer, der so die anderen halbliberalen Kräfte mitsammelt hat, der sagt öffentlich in diesem Moment etwas ganz Ketzerisches. Er sagt, das politische System ist privatisiert worden, das sehen wir hier. Das Volk wird mit Hilfe von Desinformation und Manipulation getäuscht. So hat noch keiner öffentlich dieses System charakterisiert. Das wird allerdings auch nicht im Fernsehen übertragen. Aber das ist die Situation, die wir haben. Hier beginnt eine handfeste Regimekrise. Und es folgt dann diese Duma-Wahl, die berühmte vom Dezember 2011, die zu den großen Demonstrationen führt, zu Demonstrationen, wie es sie seit Amtsantritt von Putin überhaupt noch nicht gegeben hat. In den ersten Folgen unserer Serie Putins Aufstieg haben wir erzählt, wie für den Kandidaten Wladimir Putin 1999 zunächst eine eigene Partei geschaffen wurde, Einheit genannt, der er selbst nie angehörte. Wie dann die Mehrheiten in der Duma 2003 dadurch zementiert wurden, dass man den größten Konkurrenten, die Partei namens Vaterland ganz Russland, mit jener Partei Einheit zur Partei Einiges Russland verschmolz. Wie danach dann erst das Direktwahlverfahren für die Hälfte der Sitze abgeschafft und dann nur noch wenige kleinere Parteien von der Zentralen Wahlkommission zugelassen wurden. Zusätzlich erhöhte man die Mindestmitgliederzahl der Parteien von 10.000 auf 50.000 Mitglieder, was sofort zur Auflösung einer Reihe kleinerer Parteien führte. 2007 hatte Einiges Russland ein Wahlergebnis von satten 64,3 Prozent erzielt. Die Duma-Wahlen, die haben sie immer benutzt als so einen Test vor den Präsidentschaftswahlen. Da wollen sie sozusagen das Volk nochmal zusammenschweißen und demonstrieren. Es kann ja alles nur auf Putin hinauslaufen. Das war immer so die Regieanweisung. Und bei dieser Duma-Wahl 2011 hat man dann schon richtig vorgesorgt. Und man hat keinerlei oppositionelle Nicht-Systemparteien mehr zugelassen. Die Liberalen, das ist mir schwer das Wort zu benutzen bei Schirinowski, aber all diese Systemparteien, die dann keine wirklichen Oppositionsparteien waren, die durften teilnehmen, aber die anderen Liberalen sind alle ausgeschlossen. Registrierung wird verweigert. Und man pusht diese Regierungspartei Einiges Russland hoch. Ganz künstlich merkt eigentlich jeder. Da taucht übrigens das erste Mal Alexej Nawalny auf. Zumindest sichtbar und hörbar, weil er ist derjenige, der sagt, diese Regierungspartei, das ist die Partei der Gauner und Diebe. Das ist einer seiner berühmten Aussprüche zu jener Zeit. Zum ersten Mal benutzt Alexej Nawalny diesen Ausdruck in einer Radiosendung, in der er mit dem Einiges-Russland-Abgeordneten Yevgeny Fyodorov diskutiert. Im Herbst 2011 wird dieser Slogan zu einem Internet-Meme und Nawalny dadurch zum Hauptgesprächsthema des Wahlkampfs. Allerdings auch, weil er am Tag nach der Wahl auf einer Kundgebung verhaftet wird, die in Russland als der Aufstand der schmutzigen Schuhe bekannt geworden ist, weil an jenem 5. Dezember 2011 Schneematsch die Straßen Moskaus füllt. Auf dieser Kundgebung hält Nawalny eine radikale Rede, die ihn sofort zum harschesten Kritiker Putin aufsteigen lässt. Das bleibt er danach auch unermüdlich. Und das kostet ihn in unserem aktuellen Jahr 2024 letztlich das Leben. Das Wahlergebnis ist in der Tat nicht wirklich begeisternd, nicht berauschend. Einiges Russland bekommt nur 49 Prozent. Das ist wenig. Sie hatten 2007 bei der letzten Wahl 64 Prozent gehabt, also 15 Prozent mehr. Und das trotz großer Fälschungen, die es offenbar vor allem in Moskau und St. Petersburg gegeben hat. Also da fand dieses berühmte Wählerkarusse her statt. Man fährt die Leute in Bussen, Gruppen von einem Wahllokal ins andere. Da geben die zwei, drei, viermal ihre Stimme ab. Also das wird hier ganz offensichtlich. Es gibt aber auch im Kaukasus Fälschungen, wobei da ist eigentlich immer diese Tendenz zu beobachten gewesen. Wenn die Gouverneure da im Kaukasus sagen, ihr habt für Putin zu stimmen, dann stimmen alle brav wirklich ab. Dafür im Kaukasus wird eine Quote von 99 Prozent erzielt. In Rastow am Donnen sogar 140 Prozent. Also da muss irgendwas ganz schwer schiefgelaufen sein. Nach der Wahl lässt sich Duma-Präsident Boris Grislow zu einem recht entlarvenden Statement hinreißen. Grislow ist übrigens genau der Mann, der acht Jahre zuvor gesagt hatte, das Parlament ist doch kein Platz für Diskussionen, sondern eine Plattform für effektive Gesetzgebung. Er meinte damit eine Plattform, um Gesetzesvorschläge abzunecken. Wir haben der Opposition erlaubt, sich in den Medien zu profilieren. Sie haben unsere Wähler eingeschüchtert, sodass die Beteiligung im Vergleich zur letzten Wahl niedriger war. Die Leute sind nicht zur Wahl gegangen. Es wird ganz offensichtlich, dass hier aus Angst nochmal richtig nachgeholfen wird und dass man diesen 49 Prozent gar nicht traut. Und das bleibt nicht verborgen. Und wir erleben damit etwas, was wir lange, lange nicht mehr erlebt haben. In den 90er Jahren, das letzte Mal, ich kann mich erinnern, 1998, 99 gab es große Demonstrationen auf dem Manegeplatz. Die hatten aber alle wirtschaftliche Hintergründe. Den Leuten ging es schlecht. Die gingen wegen ihrer Verelendung auf die Straße. Also hier ist es aber eindeutig politisch jetzt. Das hat es übrigens noch lange nicht mehr gegeben. Und wir sehen diese erste berühmte Demonstration am 10. Dezember auf dem Balotnaya-Platz in Kremlnähe. Da kommen 60.000 Leute zusammen. Und was sagt Putin? Das ist auch so typisch wieder. Putin diffamiert diese Leute, die da auf den Platz gehen, als quietschende Affen. Er sagt, quietschende Affen zu denen. So wie er bei den Tschechen damals gesagt hat, wir werden sie auf dem Klo umringen. Also da bricht wieder seine Sozialisierung auf dem Petersburger Hinterhof durch. Und dann sagt er, er habe die weißen Bändchen, die diese Demonstranten alle um den Arm hatten, die habe er für Kondome gehalten. Das ist natürlich auch keine zufällige Bemerkung, weil damit spricht er sofort ein Teil der Bevölkerung an. Kondome, Schwule und so weiter. Das ist doch was, was ihr nicht wollt und so. Und das sind alles diese Leute, die sozusagen für Schwule eintreten und so weiter. Also er diffamiert die total, statt erstmal abzuwarten und vielleicht den Kontakt oder das Gespräch zu suchen. Und das kommt dann gerade nach diesen Kommentaren von Putin noch zu einer großen Demonstration am 24. Dezember, als hier in Westeuropa Heiligabend ist, auf dem Sacharow-Platz. Da kommen schon 100.000 Leute zusammen. Und da gibt es erstmals auch die Losung Russland ohne Putin. Also da geht es nicht mehr nur gegen die Wahlfälschungen und die Forderung, doch eine Stichwahl einzuführen oder eine Wiederholungswahl, sondern wir sehen hier erstmals Plakate Russland ohne Putin. Und das ist natürlich etwas, was Putin noch nicht gesehen hat. Das ist ein klare Angriff gegen ihn, gegen die Regierungsmacht. Und als neuer Volksheld tritt Nawalny dort auf auf der Bühne. Aber es treten durchaus auch Leute aus den politischen Kreisen auf. Was gibt es als Reaktion aus dem Kreml? Herr Putin diffamiert diese Leute. Während Medvedev, er ist ja noch Präsident, er kündigt schnell Maßnahmen zur Reform des politischen Systems an. Also das, was man in solchen Situationen macht, so wie hier die Regierung, wenn die Bauern demonstrieren auf ihren Treckern, dann sagt man, okay, nehmen wir teilweise die Dieselpreiserhöhung zurück. Man versucht sozusagen zu schlichten. Das versucht Medvedev auch. Er verspricht die Wiedereinführung der direkten Wahl der Gouverneure und auch die Wiedereinführung der Direktwahlmandate, die man ja abgeschafft hatte. Aber das führt schon zu nichts mehr. Er ist ja eigentlich eine lahme Ente, in dem er selbst zugestimmt hat, auf diesen Parteitag dann nicht mehr wieder zu kandidieren. Und Putin macht das, was man dann gerne macht. Er organisiert oder lässt Gegendemonstrationen organisieren. Und da sieht man in Spruchbänder wie keine orangenen Revolution oder es geht um alles. Oder ganz berühmt auch das Spruchband, dass man dann überall sagt, wer, wenn nicht Putin? Tausende Kreml-Treue haben im Zentrum von Moskau den russischen Ministerpräsidenten Wladimir Putin hochleben lassen. Ausgerüstet mit brandneuen Fahnen und scheinbar gut organisiert, hatten sie sich versammelt, um Putin und die Partei geeintes Russland zu unterstützen. Viele von ihnen gehören der Putin-treuen Jugendorganisation Naschi an. Für sie ist der Sieg der Regierungspartei bei der Parlamentswahl ein Grund zum Feiern. Putin kündet ja auch selbst noch Reformen an. Und dann sagt er noch einen in dieser typischen Putin-Sätze, diese Massenproteste machen mich glücklich, weil wir sehen ja hier die Teilhabe des Volkes, die nimmt an der Politik teil. Also er versucht irgendwie noch die Kurve zu bekommen. Aber das hält natürlich auch nur bis zum eigentlichen Wahltag im März 2012. Und da sehen wir, dass knapp 64 Prozent für ihn stimmen. Das ist also nicht so doll mehr für Russland. Und in Moskau sind es weniger als 50 Prozent. Man weiß nicht genau, vermutlich 47 oder 44 Prozent. Das ist schon ein deutlicher Einbruch. Und Putin kann mich noch genau erinnern, als er am Abend zu der Wahlkundgebung kam. Die fand auf dem Manegeplatz statt im Dunkeln. Und er steht allein auf der Bühne und wischt sich dann ein paar Tränen aus den Augen. Keiner wüsste so recht, waren das echte Tränen oder unechte. Aber viele hatten das Gefühl, von ihm, ihm sei ein Stein vom Herzen gefallen. Er war sich durchaus nicht sicher, was jetzt passiert. Dmitri Medvedev und Wladimir Putin! So werden normalerweise Boxweltmeister angekündigt. Man stelle sich das mal mit dem Namen Olaf Scholz vor. Aber genau so schreiten die beiden dann auch durch die aufgepeitschte Jubelmenge zur Bühne. Und dort steht Putin dann alleine mit seinen Tränen. Wir haben in einem offenen und fairen Kampf gewonnen. Aber dies war nicht nur die Wahl des Präsidenten von Russland. Es war ein sehr wichtiger Test für uns alle, für unser ganzes Volk. Wir haben gezeigt, dass uns niemand wirklich etwas aufzwingen kann. Niemand und nichts. Wir haben gezeigt, dass unser Volk wirklich in der Lage ist, leicht zwischen dem Wunsch nach Neuem, nach Erneuerung und politischen Provokationen zu unterscheiden, die nur ein Ziel haben, die russische Staatlichkeit zu zerstören und die Macht an sich zu reißen. Und noch am selben Abend schwenkt er dann um und spricht nicht mehr von Reformen, sondern redet davon, die Opposition, die wir jetzt in den letzten Monaten auf der Straße gesehen haben, will Russlands Staatlichkeit zerstören. Sie will die Macht usurpieren. Diese Demonstranten sind eine Minderheit, und zwar eine Minderheit, die auf Wunsch des Westens agiert, um Russland zu schwächen. Also hier kommt sofort wieder dieser Zungenschlag, alles vom Westen organisiert. Und deswegen ist in diesem Moment eigentlich klar, dass nun eine Wende erfolgen muss und dass nun eine neue Version des Putinismus zu erwarten ist. Denn das war eine Systemkrise, eine Identitätskrise. Jetzt muss er wirklich klare Kante zeigen und den Leuten erklären, wo wollen wir eigentlich mit diesem Land hin. Was dann insgesamt einsetzt, ist an diesem Punkt ein Trend zu einem neuen Konservatismus. Und wie gesagt, wir dürfen das immer nicht nur auf Putin reduzieren, der ist ja angelegt, dieser Kurs in der sozialen Basis, auf die sich Putin stützt, im Gegensatz zu Medvedev. Er stützt sich auf den ländlichen Bereich, er stützt sich auf die Arbeiterschaft, auf die weniger gebildeten Schichten, auf die älteren Menschen, die sowjetisch geprägt sind. Also er stützt sich praktisch auf das rückständige, das sogenannte authentische Russland, so wie es früher immer war. Und das sind alles Leute, die wollten und wollen auch heute keine Liberalisierung, keine Modernisierung. Und laut Soziologen betrug schon diese putinsche Mehrheit damals 60 Prozent. Das heißt, er stützt sich also auf diese Schicht und das, was er nun macht, diese Wende zum Konservatismus, ist letztlich eine Wende, von der er weiß, die wird von der Mehrheit der Bevölkerung gewünscht und auch honoriert werden. Er hat diesen großen Rückhalt schon damals und er bedient sozusagen die Erwartungen des größeren Teils der russischen Bevölkerung. Putin hat es also nicht nur geschafft, seinen Wechsel zurück ins Präsidentenamt durchzuziehen. Er kann sich inzwischen auch auf eine Machtbasis in der konservativen Wählerschaft Russlands stützen, in der weniger gebildeten Landbevölkerung. Die Intellektuellen in den Städten haben ihn eh enttäuscht, denn sie waren es, die den liberaleren Kurs von Medvedev unterstützten und die auch den Kritikern des Putinismus wie Alexej Nawalny zuhörten. Nawalny selbst zeigt sich nach den Demonstrationen Ende 2011 noch begeistert von der Dynamik einer scheinbar lebendigen Demokratie. In einem Interview mit dem Fernsehsender TV-Dosch am Rande der Kundgebung am 24.12. äußert er seine Hoffnung, dass die Machthaber doch ja irgendwie auch die Demonstranten reagieren müssen. Ich bin sicher, dass wir eine Million Menschen im ganzen Land versammeln können. Ich hoffe, dass diese Gauner und Diebe genug Flexibilität, Gerissenheit und Überlebensfähigkeit zeigen werden. Denn sie müssen und sie werden erkennen, dass sie sich damit beschäftigen müssen. Und Putin reagiert. Eindeutig. Zu dieser konservativen Wende gehört, indem er jetzt wirklich deutlich diese oppositionellen Kräfte eindämmt. Das erste Strafverfahren gegen Nawalny. Die Bekannteren der Demonstranten, die auf der Straße waren im Dezember und Januar 2011, 2012, werden verurteilt. Das Versammlungsrecht wird eingeschränkt. Und das ist der Moment, wo zum Beispiel die NGOs sich von Nunam als ausländische Agenten registrieren lassen müssen, damit sie gebranntmarkt sind. Und es kommt dann noch zusätzlich hinzu, die Verhaftung von Pussy Riot. Hier können wir uns erinnern, diesen Protest der drei Frauen in der Christ-Erlöser-Kathedrale in Moskau, die dann verurteilt werden wegen Blasphemie und Aufstatt gegen Putin. Das sind die nächsten Schritte, die kommen, wo man deutlich sieht, jetzt wird die Schraube wirklich angezogen. Jetzt ist mit dem Regime nicht mehr zu spaßen. Und dazu kommt dann auch die jehe Abkühlung des Verhältnisses zum Westen. Bis dahin ging es ja noch mehr oder weniger. Es schwankte noch. Es gab noch den russischen Botschafter bei der NATO. Also man hatte noch Kontakte. Aber jetzt kommt diese jehe Abkühlung. Putin bleibt dem nächsten G8-Gipfel fern. Und er kommt dann auch nicht mehr zum NATO-Gipfel. Das ist ganz demonstrativ. Da sehen wir jetzt die eigentliche inhaltliche Wende, die er vollzieht. Und das ist ausgelöst durch diese Demonstration und die Gefahr, dass ihm die Macht doch wegrutschen könnte. Wenn wir in die Zukunft blicken, hoffen wir natürlich auf gute, freudige Veränderungen. Und unsere persönlichen Pläne sind untrennbar mit Russland verbunden. Von unseren aufrichtigen, edlen Gefühlen für unser Heimatland. Seine Entwicklung in der Fortsetzung seines tausendjährigen Schicksals hängt ganz von unserer gemeinsamen Energie und Arbeit ab. Von unserer Einigkeit und Verantwortung. Von unserem Bestreben, so viel Nützliches wie möglich zu tun. Und es kommt zu der neuen ökologischen Ausrichtung. Die ist enthalten in der Jahresbotschaft im Dezember 2012, also schon nach diesen Demonstrationen unmittelbar. Wo er dann davon spricht, Russland ist ein Land mit einzigartiger, ununterbrochener, tausendjähriger Geschichte. Wir müssen uns auf Russlands große Vergangenheit rückbesinnen. Nur das könne den Menschen Halt geben. Da haben wir genau das, was wir seitdem beobachten. Also vorwärts in die Vergangenheit. Nur noch zurückgucken und sich orientieren an der einzigen Größe Russlands bis zur Revolution. Das führte er in dem Moment ein. Damit versucht er die Leute zu begeistern. Und daraus ergeben sich dann die nächsten Schritte für ihn. Spätestens 2012, 2013 wird alles sichtbar. Putin ruft zur Suche nach einer neuen nationalen Idee auf. Er verbündet sich mit der orthodoxen Kirche, die nur auch genau das sagt, was er erwartet. Kirill, der Patriarch spricht davon, dass Putins Präsidentschaften ein Wunder Gottes seien. Also von Gott gewollt. Dem Land drohe Gefahr vom westlichen liberalen System, das nicht zur orthodoxen Kultur passe. Er spricht das erste Mal von Geropa, also dem schwulen Europa, dass die eigentlichen christlichen Werte verraten habe. Das passiert alles in dem Moment. Und es taucht nun die sogenannte russische Idee auf als Abgrenzung von den westlichen Werten und als Aufruf zum Kulturkrieg gegen den satanischen Westen. Sie gebrauchen ja wirklich diesen Wort satanisch. Also nicht nur Kirill, das ist alles so praktisch etwas biblisch verbrämt, auch Putin gebraucht mitunter diese Begriffe. Besonders deutlich wird diese Wende hin zu einem selbstreferenziellen und mit eigenen Narrativen belegten Weltbild bei Putins Rede während des Treffens des Valdei-Clubs. Dieser Kongress, organisiert von russischen Thinktanks und dem Außenministerium, findet seit 2004 in Russland statt. Der Valdei-Club wird als Diskussionsforum für russische Politik definiert. Häufig wird allerdings russische Politik dort diktiert. Und zwar von Putin. Wie im Herbst 2013, in der Rede aus der Christian Neff zitiert. Traditionelle Werte hätten jahrhundertelang die zivilisatorische Basis jeder Nation gebildet, also die Werte der Familie und des religiösen Lebens. Und dem habe der Westen zuwider behandelt. Und dann sagt er, wir sehen, wie viele euroatlantische Staaten den Weg eingeschlagen haben, auf dem sie ihre eigenen Wurzeln verneinen, beziehungsweise ablehnen, einschließlich der christlichen Wurzeln, die die Grundlagen der westlichen Zivilisation bilden. Und in diesen Staaten werden moralische Grundlagen und jede traditionelle Identität verneint. Also ich spreche dann wieder von geschlechtlichen Identitäten und so. Dort wird eine Politik betrieben, die eine kinderreiche Familie mit einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft gleichsetzt. Diese Politik, das ist alles Putin noch, diese Politik setzt den Glauben an Gott mit dem an Satan gleich. Diese Staaten versuchen dieses Modell in anderen Ländern weltweit aggressiv aufzuzwingen, also auch uns, Russland. Ich bin zutiefst überzeugt, sagt Putin, dass das der direkte Weg zum Verfall und zur Primitivisierung der Kultur ist. Dies führt zu tieferen demografischen und moralischen Krisen im Westen. Also das ist die ganz klare Ansage. Wir trennen uns vom Westen jetzt. Wir gehen einen eigenen russischen Weg, der besser ist. Wir sind zivilisatorisch eigenständig. Also dahinter steckt noch mehr. Wir haben einen größeren Wert und die Diffamierung und Diskreditierung des Westens wird zum eigentlichen Ziel dieser geistigen Wende, so wie wir das jetzt erst recht erleben während des Ukraine-Krieges. Beginnt, wie gesagt, vor über zehn Jahren. Die sogenannten russischen Werte, die er dann propagiert, sind davon nur abgeleitet, also vorgeschoben. Es geht eigentlich um den universellen Kampf zwischen Gut und Böse. Und jeder weiß, was er meint, wer gut ist und wer böse. Und das betont er jetzt auch immer beim Ukraine-Krieg. Er redet ja gar nicht mehr so sehr von der Verteidigung der Ostukrainer oder auch gar nicht mehr so viel von der Entnazifizierung, sondern er redet davon, dass hier ein weltweiter Konflikt ausgetragen wird. Und das ist der Kampf zwischen Gut und Böse. Und wenn wir den nicht gewinnen, dann wird der Westen uns, die wir als Einzige, die wirklich humanen Werte verteidigen, wird er uns vernichten und dann ist diese Welt überhaupt nicht mehr lebenswert. Tatsächlich ist mir selbst diese überaus krasse Rhetorik auch erst viel später aufgefallen, im Zusammenhang mit Putins Rechtfertigungen des von ihm befohlenen Überfalls auf die Ukraine. In Reden wie dieser hier von Ende September 2022. Wollen wir wirklich, dass unsere Kinder von der Vorschule an Perversionen ausgesetzt sind, die zu Erniedrigung und Auslöschung führen? Dass ihnen beigebracht wird, es gebe andere Geschlechter neben Mann und Frau und ihnen Geschlechtsumwandlungen angeboten werden? Wollen wir das wirklich für unser Land, für unsere Kinder? Das ist alles inakzeptabel. Wir haben unsere eigene, andere Zukunft. Solch eine totale Leugnung des Menschseins, eine Ablehnung von Glauben und traditionellen Werten, solche Unterdrückung der Freiheit wirkt wie eine perverse Religion, wie offener Satanismus. Wie Christian Neff in unserer Podcast-Serie Putins Aufstieg erklärt, verfolgt Putin von Anfang an die Idee einer neuen russischen Supermacht nach altem Vorbild. Sie finden alle vier Folgen der Serie in ihrer bevorzugten Podcast-App und unter 8 Milliarden auf spiegel.de. Schon 1999 schreibt Wladimir Putin darüber, dass Russland die Rolle einer Weltmacht gebühre. Während er seine Macht festigt und sich die absolute Kontrolle über sein Land sichert, wendet er sich gleichzeitig immer weiter vom Westen ab. Zuerst enttäuscht über die fehlende Verlässlichkeit der Partner, dann zunehmend rachsüchtig nach der in seinen Augen ausgebliebenen Anerkennung Russlands, als gleichwertig mit den USA und der EU. Immer stärker begründet er dabei seinen wachsenden Imperialismus mit einer ideologischen Mixtur aus historischen Anlehnungen und dogmatischen Narrativen. Wir haben ja das Gefühl, dass das erst seit zwei Jahren oder so betont wird. Das ist aber ein ganzes Jahrzehnt her. Also wir hatten eigentlich Zeit, uns darauf einzustellen. Aber diese Dimension, dass hier der weltweite Kulturkampf ausgerufen wird, haben wir offenbar damals nicht erfasst. Wir haben damals, kann ich mich noch erinnern, gleich einen Spiegeltitel gemacht, Der Halbstarke. Da war Putin darauf abgebildet in so einer Pose, in so einer Machopose. Und wir haben Der Halbstarke draufgeschrieben. Ich weiß noch, was da für ein Sturm der Entrüstung in Deutschland losging, wie man Putin so darstellen könne. Aber wenn man das heute nochmal nachblättert, merkt man doch, das scheint in Deutschland nicht wirklich wahrgenommen worden zu sein. Denn dann geht ja diese Nord Stream 2-Geschichte alles erst richtig los. Und Merkel vertritt das, als ob nichts ist, als ob diese Wende nicht zu sehen ist, als ob man die nicht warnen oder nur als innere Angelegenheit Russlands abtut. Das ist das Verblüffende, wenn man heute zurückguckt auf diese Zeit 2012. Natürlich verlinken wir auch diesen Spiegeltitel zum Nachlesen in den Shownotes dieser Episode, wie alle hier zitierten oder angespielten zeitgenössischen Berichte. Darunter auch Christian Neffs Interview mit Alexander Dugin, in dem Putins Lieblingsideologe gleich zu Beginn behauptet, dass in der Ukraine eine nationalistische, faschistische Diktatur entstehe, die die Menschen unterdrücken wolle. Er meint damit nicht Russland, wo Putin längst solche Mechanismen erfolgreich anwendet. Für mich ist das ein schönes Beispiel für die klassischen Argumentationstaktiken Putins. Wir werfen anderen vor, was sie selbst Böses machen und schauen, ob sich daraus nicht Zweifel oder Scham bei den anderen entwickeln. Wenn er zum Beispiel die Infrastruktur der Ukraine im Winter kurz und klein schießen lässt, um die Strom- und Wasserversorgung möglichst vieler Menschen zu kappen, und dann behauptet, es seien nur militärische Ziele anvisiert worden, und schließlich der ukrainischen Regierung vorwirft, nur an sich selbst zu denken. Das Gespräch mit Dugin erscheint im Juli 2014 im Spiegel, nach den Vorgängen auf dem Maidan in Kiew, die laut Putin ein von rechten Kräften gesteuerter Umsturz waren und nicht etwa ein Protest gegen die Willkür der von Russland beeinflussten Regierung. Es erscheint nach dem heimlichen russischen Einmarsch auf der Krim und der anschließenden Annexion. Und auch nachdem Russland Soldaten auch in den Donbass geschickt hatte und dort den Krieg gegen die Ukraine beginnt. Auch da wurde noch diskutiert, kann ich mich erinnern, sollten wir so einem Mann wie Dugin eine Tribüne geben im Spiegel. Ich fand das gerade richtig. Ich fand immer, dass die deutschen Medien viel zu wenig Originalton, Originalton, also O-Ton übertragen haben aus Russland. Also die Leute haben zu Worte kommen lassen, die sozusagen den putinschen Unterbau bilden. Wir haben immer nur kommentiert, was da vor sich geht, aber wir haben nie unseren Lesern oder Hörern angeboten, bildet euch doch mal selbst ein Urteil, indem wir euch den O-Ton liefern. Was sagen die Leute? Wo steuern die hin? Das wurde hier immer als zu gefährlich empfunden. Und ja, da hat der Spiegel, Gott sei Dank, sich entschlossen, sogar fünf, sechs Seiten freizumachen dafür. Hat bei den Lesern ein Riesenecho hervorgerufen. Viele sagten, das sei ja ein Verrückter, dieser Dugin. Das ist immer so das, was dann als Reaktion kommt, so wie sie sagen, Putin ist ein Verrückter. Die sind nicht verrückt. Überhaupt nicht verrückt. Die versteuern bestimmte Ziele. Und man muss diese Ziele wirklich den Leuten offen erklären oder darlegen. Und das war das Interessante bei dem Dugin-Interview. Das war für mich auch eines der schwierigsten Interviews, weil er wollte nach zehn Minuten abbrechen, weil wir uns eben darüber schritten, gibt es universelle Menschenrechte oder nicht? Er sagte nein und ich sagte ja. Und dann kamen wir in große philosophische Debatten. Das war also ein richtig hartes Interview. Aber er sprach ihm schon damals ganz klar von der russischen Einzigartigkeit und Russlands Bestimmung als geopolitischer Pol in Asien wie in Europa. Russland sei kein Nationalstaat, sagte er damals, sondern ein kontinentales Imperium. Und das müsse man sichern. Das sagte er schon vor vielen, vielen Jahren. Und wir haben das als Verrücktheit abgetan. Im Herbst 2013 werden in Russland fieberhaft die Olympischen Winterspiele in Sochi vorbereitet, die als teuerste Spiele aller Zeiten in die Geschichte eingehen. Kreml-Kritiker Boris Nemtsov veröffentlicht einen Bericht über die ausufernde Korruption und darüber, wie sich Putin und seine Getreuen an den Spielen bereichern. Ein Jahr später wird Nemtsov mit Schüssen in den Hinterkopf und Rücken ermordet, in Sichtweite des Kreml. Aber im Vorfeld der Winterspiele steigen Putins Umfragewerte in Russland rasant. Und seine Athleten werden in Sochi natürlich die meisten Medaillen holen. Gleichzeitig steht die Ukraine vor der Unterzeichnung eines historischen Abkommens mit der EU. Aber das kommt nicht zustande, weil Wladimir Putin Druck auf seinen ukrainischen Amtskollegen Viktor Yanukovych ausübt, um den russischen Einfluss auf das Nachbarland zu sichern. Yanukovych war nach seiner Niederlage im Jahr 2004 Erstministerpräsident und 2010 dann doch noch Präsident der Ukraine geworden. Ursprünglich hatte er das Abkommen befürwortet, das die Ukraine enger an die EU angenähert hätte. Der Aufstieg Putins zeigt, wie wichtig ihm Kontrolle über die Ukraine ist. Von Anfang an, schon zu Beginn seiner nunmehr fast 24 Jahre währenden Herrschaft über Russland, hatte er bei Beratungen häufig die Sorge geäußert, man könne das Nachbarland verlieren. Und jetzt scheint ihm die ehemalige Sowjetrepublik endgültig zu entgleiten. Am 21. November 2013 verkehrt Yanukovych seine bisherige Haltung ins Gegenteil und lässt überraschend mitteilen, dass die Unterzeichnung des EU-Assoziierungsabkommens aufgeschoben werde. Sofort strömen Protestierende auf den zentralen Platz der Hauptstadt Kiew, den Maidan. Es werden immer mehr. Und zu Wladimir Putins Verdruss gehen sie nicht mehr weg. Mit dieser Reaktion in Kiew hat er wirklich nicht gerechnet, nachdem Yanukovych sozusagen auf seine Weisung in Vilnius bei dem EU-Gipfel das Assoziierungsabkommen mit der EU nicht unterschrieben hatte. Übrigens wollte, so weiß ich es inzwischen aus guter ukrainischer Quelle, Yanukovych das auf feinere Art und Weise so machen. Er wollte das Abkommen unterschreiben, aber er wollte es sozusagen in der Duma bis zur Ratifizierung etwas verenden lassen, damit wirklich kein größerer Eklat stattfindet. Aber Putin hat offenbar darauf gedrängt, dass er direkt nach Vilnius fährt und dort Merkel und den anderen ins Gesicht sagt, ich unterschreibe nicht. Also er wollte den Affront, weil er offenbar zu empört war und das schon als zu große Einflussnahme in sein Einflussgebiet in der Ukraine sah. Was dann im Kommen dieser Aufregung in Kiew, die hat er offenbar so nicht vorausgesehen. Die versucht er dann später zu diffamieren als westlich gesteuert. Aber die Leute gehen ja sofort auf die Straße, so schnell kannst du das gar nicht steuern vom Ausland aus. Vor einigen Wochen, zum zehnten Jahrestag der Ereignisse auf dem Maidan, sind wir bei acht Milliarden der Frage nachgegangen, ob Russlands Krieg gegen die Ukraine bereits hier begann, als die Gewalt auf dem Maidan im Februar 2014 eskalierte. Mein Kollege Christian Esch schildert in jener Episode das Blutbad, das er mit eigenen Augen aus dem Hotel Ukraine auf dem Maidan beobachtete. Sie finden einen Link auch zu dieser Folge in den Shownotes dieser Episode. Auch Christian Neff war damals vor Ort und hat für den Spiegel berichtet, wie die Proteste entstanden, warum sie dann in den Straßenkämpfen zwischen Protestierenden und Sicherheitskräften der Regierung in Kiew eskalierten und wie Putins Propaganda versuchte, die Ereignisse in die eigenen, ideologischen Narrative zu pressen. Sie sind enttäuscht von Janukowitsch. Man muss sich daran erinnern, an die ganzen Jahre davor in der Ukraine, diese Korruption, diese ganzen innenpolitischen Streitereien zwischen Janukowitsch, Timoschenko, die ins Gefängnis gerät. All das hat die Leute unwahrscheinlich aufgebracht. Sie haben diese Politik über. Und sie haben jetzt ein Fenster gesehen, wo sich die Ukraine endlich mal anlehnt an Westeuropa, an die EU. Und auf einmal wird das ganz überraschend mit einem Tag zunichte gemacht. Das treibt sie auf die Straße. Und das ist, glaube ich, eine wirklich ehrliche Bewegung, die da entsteht. Und sie ist auch nicht von den Rechten gesteuert. Die Rechten haben ja bei der Wahl in der Ukraine gerade mal so zwei Prozent dann erzielt. Das ist Unfug. Es gibt sie zwar, aber das, was dann von Russland daraus gemacht wird, dass das alles von Nazis gesteuert ist, und das ist horrender Unsinn. Natürlich wird diese Bewegung dann immer militanter, weil sie ja zuerst niedergeschlagen wird. Und wir erleben dann das, was zum Maidan im Februar 2014 führt, zum Sturz der Regierung. Das hätte man alles natürlich auch aus russischer Sicht anders haben können, wenn man sich anders verhalten hätte. Aber Putin ist in der Phase so empört über die Entwicklung der Dinge, denn er erlebt nun den endgültigen Sturz seines Favoriten Janukowitsch, für den er sich 2004 schon bei der Orange- und Revolution vergeblich so eingesetzt hatte und den er dann irgendwann doch installieren konnte, 2010. Nun stürzt er aber endgültig und zwar auf sehr erniedrigende Art und Weise, für ihn übrigens auch auf eine sehr schmähliche Art und Weise. Er hat ja dann immer gesagt, er hätte nie so das Feld geräumt wie Janukowitsch in Kiew. Und zugleich muss er mit ansehen, diesen Sieg der Kiewer über das autoritäre ukrainische Regime, das ist für ihn wieder so ein Warnsignal. Die schaffen es also, ein Regime zu stürzen, mit dem er sich mehr oder weniger identifiziert hat. Hier kommt wieder diese Angst vor der Ukrainisierung der russischen Politik durch. Das ist also die doppelte außenpolitische Niederlage. Am 21. Februar 2014, nach Tagen der Gewalt auf dem Maidan mit vielen Toten, unterzeichnet Janukowitsch eine Vereinbarung mit der politischen Opposition, um die Krise in der Ukraine beizulegen. Am Abend desselben Tages reist er nach Kharkiv in den Osten des Landes und flieht schließlich nach Russland. Damit bricht Janukowitsch den soeben unterzeichneten Vertrag und erzieht sich so der Verantwortung. Später wird bekannt, dass er schon Tage zuvor begonnen hatte, Vorbereitungen für seine Flucht zu treffen. Am 11. März 2014 tritt der ehemalige Präsident der Ukraine dann im russischen Rostov Amdon vor die Kameras. Er spricht von gesetzlosen Horden, die unter der Flagge des bekannten ukrainischen Faschisten Stepan Bandera am Umsturz arbeiten. Janukowitsch, der sich selbst schamlos im Amt bereichert hatte, während in seinem Land das Geld für Krankenhäuser fehlte, sagt außerdem eine Wirtschaftskrise voraus. Die Städte werden von maskierten Menschen patrouilliert. Es wird überall die Gesetzlosigkeit verbreitet bezüglich der Bürger der Ukraine. Es werden die Armee-Offiziere entlassen, diejenigen, die nicht bereit sind, die Streitkräfte der Ukraine im Südosten des Landes gegen die friedliche Bevölkerung einzusetzen. Überlegen Sie sich, Sie wollen die Armee unter die Fahne von Bandera stellen. Ich möchte auch die Beschützer dieser finsteren Mächte fragen im Wessel. Seid ihr etwa blind? Habt ihr etwa das Gedächtnis verloren? Habt ihr etwa vergessen, was der Faschismus bedeutet? Ich möchte warnen, dass in der nächsten Zeit eine ernsthafte Verschlechterung der sozial-ökonomischen Situation im Lande stattfindet. Das wird ein direkter Schlag gegen das Volk der Ukraine. Die Usurpatoren, die die Macht übernommen haben, werden versuchen, die Verantwortung dafür, mir zuzuschieben und vielleicht sogar Russland zuzuschieben. Schuld sind nur die anderen. Putins Russland kann nichts dafür. Man will ja nur Gutes tun und die Menschen vor dem Faschismus retten. Zu diesem Zeitpunkt hat Wladimir Putin längst Spezialeinheiten auf die Krim entsandt. Und die Annexion der Krim, die plötzliche Annexion, die geschieht vielleicht zum Teil erstmal nur aus Rache, aus Frustration über die Vorgänge. Natürlich geht es ihm darum, da die Regierung gestürzt ist, seinen Schwarzmeerhafen in Sevastopol zu sichern. Das ist für ihn eine wesentliche Basis. Aber dazu waren ja selbst die anderen, also die Janukowitsch-Gegner bereit, weiter dort einen Pachtvertrag für die Russen zu garantieren. Aber es geht ihm um mehr. Und er merkt, vor allem, das ist ja das Entscheidende, er merkt an der Reaktion des Westens, er wird nicht wirklich gebremst. Er kann jetzt unter dem Vorwand, die Russen auf der Krim verteidigen zu müssen, kann ja offenbar schon fertige Pläne aus der Schublade ziehen und im Handstreich die Krim annektieren. Das ist natürlich sozusagen der Tabubuch. Und als er sieht, auch da ist die Reaktion des Westens nur lau. Man ergeht sich lediglich in Debatten darüber, ob da nun das Völkerrecht gebrochen worden ist oder nicht. So wie auch jetzt im Westen immer wieder über fast Nebensächlichkeiten diskutiert wird, statt einfach zu handeln. Knapp 150 Mal wird in Russland später die Medaille für die Rückholung der Krim verliehen. Darauf prangen die Daten 20. Februar 2014 bis 18. März 2014. Demnach hat die Aktion, die zur Annexion der Halbinsel führte, also schon begonnen, als Janukowitsch noch das offizielle Staatsoberhaupt der Ukraine war, bevor er nach Russland floh und bevor die Olympischen Spiele in Sochi am 23. Februar beendet werden. Noch Anfang März 2014 verneint Putin die Frage, ob er erwäge, dass sich die Krim Russland anschließen solle. Wie sehen Sie die Zukunft der Krim aus, ob man den Anschluss an Russland vorhat? Nein, der Anschluss wird nicht in Aussicht gestellt. Ich glaube, nur die Personen, die dort wohnhaft sind, können und dürfen ihre Zukunft bestimmen. Wir werden keinen zu solchen Handlungen provozieren und wir werden solche Stimmungen nicht anheizen. Ich möchte betonen, ich bin der Meinung, dass alleine die Bürger, die in bestimmten Territorien wohnhaft sind, das Recht haben, ihr eigenes Schicksal zu bestimmen. Zwei Tage nach dieser Aussage legt die Duma einen Gesetzentwurf vor, der den Anschluss der Krim an Russland legitimiert. Also er sieht, dass er da ungestraft bleibt und so trägt er praktisch den Widerstand in die Ostukraine und lässt dort seine Interessenvertreter losschlagen und die Abtrennung der Ostukraine betreiben. Das ist der Punkt, wo dann auch wirklich die völlig militante Bewegung beginnt. Der offene Krieg gegen die Ukraine unter Beteiligung Russlands. Auch das wird ja jahrelang von uns immer noch hin und her debattiert. Sind sie wirklich da mit drin in der Ostukraine oder nur indirekt? Sie sind direkt schon mit drin und mit russischen Einheiten. Das ist nachgewiesen worden mit vielen Belegen, auch durch den deutschen Militärattaché, der dort fotografiert hat vor Ort, wie eine russische Militärkolonne aus der Ostukraine rausfährt 2014. Also da gab es genügend Beweismittel und trotzdem reagiert der Westen auch damals nicht. Und so entwickeln sich die Dinge zu dem, was wir heute erleben. Insofern, wenn wir jetzt nochmal ganz zurückschauen, ist das eigentlich insgesamt doch eine putinsche Erfolgsbilanz, die er vorweisen kann, also auch im militanten Sinne. Wir haben über Tschetschenien gesprochen. Er kann den zweiten Tschetschenienkrieg siegreich beenden. Georgien 2008 kann er zugunsten Russlands entscheiden in wenigen Tagen. Und wir haben die Krim 2014, die er mit einem Handschleich annektiert. Also nirgendwo wird er gebremst. Überall kann er sich durchsetzen und natürlich muss ich ihn das ermutigen zu dem, was er heute macht. Und auch da sehen wir, dass letztendlich trotz allem, was wir hier in Deutschland als Zeitenwende bezeichnen, diese Politik der Eindämmung Russlands fortgesetzt wird, ohne wirklich konsequent, stringent zu handeln. Zum Schluss unserer vierteiligen Serie Putins Aufstieg habe ich Christian Neff um seine persönliche Prognose gebeten. Wie sich das Russland entwickeln wird, über das Wladimir Putin nun schon seit fast 24 Jahren herrscht. Und indem er zumindest die nächsten sechs Jahre herrschen wird, nachdem er gerade als Präsident bestätigt wurde. Also ich glaube, dass wir das, was wir jetzt in Russland sehen, über viele Jahrzehnte beobachten werden. Es wird sich am Wesen dieses Staates nichts ändern, aus meiner heutigen Sicht. Einfach, weil die europäischen Werte insgesamt den Russen doch recht fremd sind. Und diese Politik, die jetzt betrieben wird, ihnen viel eher entspricht als das, was wir ihnen immer wieder als europäische Werte einreden wollten. Wir haben gesehen, wie das krachend daneben ging in den 90er Jahren. Wir sehen es jetzt wieder. Also ich glaube, dass unabhängig davon, wer Putins Nachfolger antreten wird, dass das im Wesentlichen erst einmal so bleiben wird. Ein Russland, das außerhalb dieses westlichen Orbits existieren wird, das versucht sich nach Asien zu orientieren. Und das einen eigenen Weg geht, ja fast schon isolationistischen Weg. Wenn wir daran denken, wie sehr man es geschafft hat, bei den Wahlen in Russland immer wieder das Volk und die Wähler zu überzeugen von Dingen, von denen es eigentlich gar nicht überzeugt sein konnte. Wie zum Beispiel 2000, als man Putin überhaupt nicht kannte. Man hat es innerhalb weniger Monate geschafft, dort einen Nachfolger ihnen vorzusetzen, dem sie dann jubelnd zustimmten, obwohl er für ihr ein No-Name war. Das Volk ist sehr, sehr leicht manipulierbar. Es glaubt dem Staat sehr schnell. Also insofern kann das sich natürlich auch mal in die andere Richtung wenden. Auf Sicht der nächsten Jahrzehnte würde ich mal prognostizieren, dass es keine wesentliche Richtungsänderung geben wird in Russland. Das war Putins Aufstieg vom gefeierten Reformer zu dem Mann, der den Krieg zurück nach Europa brachte. Eine Sonderserie des Spiegel-Auslands-Podcasts 8 Milliarden. Dies war Folge 4, Sankt Putin gegen den satanischen Westen. Dank geht an Christian Neff für die Gespräche, für seine Expertise und seine langjährige Berichterstattung, in der er Russland genau beobachtete und hier die Mechanismen und Machenschaften erklärte, die zum Aufstieg Putins führten. Und wenn Sie mehr von Christian Neff lesen wollen, dann empfehle ich Ihnen sein neues Buch, Das Schattenregime, wie der sowjetische Geheimdienst nach 1945 Deutschland terrorisierte. Dank geht an Janis Schakarian für die hilfreiche redaktionelle Begleitung dieser Sonderserie. Dank an Felix Klein für die audiophile Postproduktion aller Folgen. Und auch für den nimmermüden Einsatz, trotz teils unangenehmer Produktionszeiten. Dank geht an Marius Mestermann, der auch in dieser Folge die Voice-Overs für die O-Töne in fremden Sprachen beisteuerte. Und Dank an alle Menschen, die uns so aufmerksam zuhören. Das ist für uns alle der schönste Lohn. Bleiben Sie tapfer und gesund. Ich verbleibe bis zur nächsten Folge. Ihr Olaf Heusser Untertitelung des ZDF für funk, 2017